Morgan Jones und Travis Manav... 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 Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Zwei Charaktere, die uns in Fear the Walking Dead begegnen. Zwei Charaktere, die sich aber auch leider nie in Fear the Walking Dead getroffen haben. Weder auf der positiven Seite, noch auf der negativen Seite. Aber dieses Offender-Net-Treffen holen wir im heutigen Video nach. Im heutigen Fear the Walking Dead-Character-Clash treten beide Protagonisten der Fear the Walking Dead-Serie gegeneinander an. In unterschiedlichen Disziplinen. Und am Ende wird sich herausstellen, wer von beiden in die nächste Runde kommt. Und vielleicht noch wer von beiden der eventuell bessere Charakter war. Und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Character-Clash. Und gleichzeitig zu einer neuen Folge von... Ja, Travis und Morgan. Der eine Charakter, der uns ziemlich viel am Anfang begleitet hat. Und der andere, der uns, äh, ja, gegen Ende am Bein hing, sagen wir es mal so. Und die lassen wir heute gegeneinander antreten. Charakter-Clash für die Leute, die zufällig das erste Mal auf so ein Video hier klicken. Kurz erklärt, Charakter-Clash. Wir haben ein paar The Walking Dead-Charaktere rausgesucht, die wir random ausgesucht haben. Die gegeneinander clashen. In einer komplett fiktiven Realität, würde ich es einfach mal sagen. In den ersten Runden geht es quasi eher um meine persönliche Einschätzung. Hier gehe ich aufs Character Development, also die Entwicklung der Charaktere. Auf die besten Momente, also meine persönlich besten Momente mit den Charakteren. Auf die Relevanz in der Serie und auf die Sympathie, die ich zu den Charakteren habe, ein. Dann am Ende von diesen Kategorien kommen wir zum Eins gegen Eins. Das erkläre ich aber nachher, wenn es soweit ist, nochmal spezieller. Bis hierher alles gerafft, bis hierher immer noch Bock. Dann geht es jetzt direkt los. Travis vs. Morgan Runde 1 und zwar das Character Development. Vorab kann ich direkt sagen, ich bin nicht so der hundertprozentige Travis-Fan. Aber mittlerweile, wenn man ein bisschen über den Charakter nachdenkt, dann doch schon. Weil man muss sagen, Travis ist ein Charakter, der nicht für diese Welt geboren ist. Wir haben Charaktere wie Daryl, die einfach perfekt in diese Welt passen. Oder auch Shane, der sich einfach sehr schnell dieser Welt angepasst hat. Und genau das kann Travis auch gut. Er ist zwar nicht für diese Welt gemacht und war auch erstmal komplett überfordert. Er hat sich aber enorm schnell angepasst, ohne großartig seinen Charakter, also seinen bestehenden Charakter, ich sag mal, wegzuwerfen. Travis hat es geschafft, sich in kurzer Zeit sehr gut an die Situation anzupassen. Und vor allem, da wir ja hier im Fall des frühen Ausbruchs sind, sind halt auch noch andere Regeln gewesen, als wir zum Beispiel mit Rick schon erlebt haben. Da ist er schon ein bisschen fortgeschritten. Hier ist Travis immer noch auf der Seite, das Gute in den Menschen sehen. Ein anderer Charakter gibt dem Guten aber in seiner Entwicklung einen dicken, fetten Minuspunkt und das ist sein Sohn Chris. Ich mochte Chris nicht, ich mag ihn nicht und er hat es auch wirklich geschafft, leider Travis sehr, sehr runterzuziehen und auch sehr, sehr unten zu halten. Hätte Travis schon früher von Chris losgelassen, hätte sein Charakter sich wesentlich besser entwickeln können, finde ich zumindest. Morgan hingegen, da haben wir das Problem, er hat sich eher in The Walking Dead entwickelt und da seinen größten oder Großteil seines Charakters aufgebaut. In Fear The Walking Dead, muss ich leider sagen, war das so ein Auf und Ab. Klar, man hat den Morgens Charakter, vor allem in der ersten Staffel, wo er aufgetreten ist, war er noch ziemlich so wie in The Walking Dead. Und diese Staffel war auch für mich einfach nur eine kurze Schwenk auf Morgens Zeit außerhalb von The Walking Dead. Danach geht es mit dem Charakter aber noch schlimmer auf und ab. Ich mochte Morgan eine Zeit lang nicht, weil einfach sein Charakter immer Achterbahn gefahren ist. Die eine Zeit war er cool drauf und die nächste Zeit war er einfach nur ein nerviger Dovi. In Fear ist das Ganze nochmal schlimmer geworden. Sein Charakter hat sich immer zickzack in irgendeine andere Richtung entwickelt und das fand ich ein bisschen lame. Wobei ich aber sagen muss, natürlich hatte Morgan mehr Zeit sich zu entwickeln und auch gegen Ende finde ich die Entwicklung von Morgan dann doch ganz gut. Er hat irgendwo seinen Weg gefunden, seine Aggressionen vor allem, sag ich mal, zu überwältigen. Den Blick wieder zu fassen auf die wichtigen Dinge im Leben, sag ich mal. Und hat sich irgendwie als Charakter gefangen. Das Ganze sehen wir ja bei Travis leider nicht, aber das auch halt nur, weil er ja aus der Serie rausgenommen wurde und, naja, gestorben ist. Warum ich Gänsefieschen dabei mache, darauf gehe ich in einem anderen Video. Und tatsächlich das Video, was halt jetzt am Samstag oder am Sonntag kommt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat Travis diese Entwicklung halt einfach nicht durchgemacht. Nichtsdestotrotz würde ich diesen Punkt Travis geben, weil man einfach sagen muss, Travis ist dann doch der Charakter, der in kurzer Zeit eine bessere Entwicklung gemacht hat als Morgan. Das könnt ihr natürlich jetzt gerne anders sehen und Morgan hat auch viel Entwicklung durchgemacht, aber bei ihm ist es immer so ein Schritt vor und zwei Schritte zurück. Bei Travis war es eher so drei Schritte vor, einer zurück. Deswegen der erste Punkt geht an Travis. Kommen wir nun zu den besten Momenten dieser beiden Charaktere. Bei Travis muss ich sagen, jedes Szene, wo er kämpft. Ich finde, Travis war einer der badassigsten Charaktere in Fear the Walking Dead. Und das aber auch immer mit einer gewissen Ruhe. Ich weiß nicht, es ist ganz kompliziert. Ich habe nicht einen wirklich 100% spezifischen Moment, den ich sage, das ist der beste Moment von Travis. Für mich sind es einfach wirklich immer die Szenen, wo er irgendwie den Badass raushängen lässt, weil er ja eher sonst der Familienvater ist. Bei Morgan ist das Ganze aber ähnlich schwer, weil es gibt sehr, sehr viele gute Momente, aber halt auch sehr, sehr viele schlechte. Ich muss sagen, auch wie ich es in The Walking Dead schon immer fand, der Badass, wie wir in Fear the Walking Dead ja irgendwann auch gesehen haben, Roter Blick Morgan, nenne ich es einfach mal, gefällt mir mit am besten. Nicht dieses, er vergisst, wer er ist und ist einfach nur noch brutal, sondern dieses Konzept, dass er einfach so krass in seinem Handling mit dem Stock oder mit der Axt oder wo auch immer mit ist, dass er einfach durch alles durchrasiert. Unrealistisch? Ja, kann man sagen. Trotzdem cool, auf jeden Fall. Und den Hippie Morgan finde ich zum Beispiel komplett scheiße. Jeder Moment, wo er sagt, ich möchte euch retten, ich bin für euch da, ist so ein Moment, wo ich sage, oh, da kriegt Morgenscharakter immer wieder einen kleinen Minuspunkt, weil ich finde, dass das in der Welt von The Walking Dead irgendwie immer nicht so geil aussieht. Deswegen ist hier der Punkt wirklich schwer zu vergeben. Ich würde aber sagen, ich gebe den Punkt Morgan, weil Travis halt wirklich nur in seinen Badass-Szenen gute Momente hatte und Morgan hat auch mal in der ruhigen Szene immer gute Momente, immer mal einen guten Spruchauflager oder halt auch einfach mal eine geile Rede geschwungen. Deswegen, zweiter Punkt geht an morgen. Kommen wir nun zur Relevanz. Die ist tatsächlich bei beiden Charakteren sehr, sehr interessant. Travis bringt uns natürlich Fear the Walking Dead erstmal, führt es uns vor. Also wir werden ja mit Travis eingeführt. Bedeutet, der Charakter ist nicht nur in Serie, sondern auch out of der Serie sehr, sehr wichtig für uns alle, damit wir quasi erstmal die Welt von Fear the Walking Dead gezeigt bekommen. Natürlich nicht alleine, aber halt er ist ein großer Bestandteil. Travis ist auch der, der anfangs die ganzen Hauptcharaktere, ob es jetzt Madison ist, ob es Alicia ist, ob es Victor ist, egal wer. Travis ist der, der im Prinzip die Charaktere zumindest in die Richtung lenkt, in die sie am Ende da stehen halt. Alle hätten sich nie so hundertprozentig gefunden und auch diese Beziehungen zueinander aufgebaut ohne Travis, würde ich mal behaupten. Travis ist so der Dreh- und Angelpunkt von den Hauptcharakteren gewesen leider, weswegen er natürlich einen großen Impact hatte auf die Entstehung oder Entwicklung dieser Charaktere. Plus, nachdem er gestorben ist, fing es leider mit Fear the Walking Dead auch an, bergab zu gehen. Bedeutet, Travis war mit einer der Charaktere, die gezeigt haben, wie Fear the Walking Dead hätte sein können und leider nicht immer geworden ist. Plus, man muss auch sagen, dass sein Tod irgendwie auch eine Auswirkung hatte, aber irgendwie auch gleichzeitig nicht. Das fand ich ein bisschen weird, aber man muss schon sagen, er hatte schon einen großen Einfluss. Irgendwo auf jeden Fall, vor allem für die Einführung von Fear the Walking Dead, überhaupt der Start in diese Serie. Morgan hingegen hat ultra viele Kack-Einflüsse, aber auch sehr viele gute Einflüsse. Aber tatsächlich mehr Kack. Er zieht die Kacke wortwörtlich an. Es ist ähnlich wie mit Rick, wo Morgan auftaucht, gibt's Ärger. Ja, ich weiß, es muss natürlich in der Serie darum gehen, irgendwo Konflikte zu haben, die gelöst werden oder halt auch nicht gelöst werden. Sonst wird die Serie halt einfach, ja, langweilig sein. Verstehe ich alles. Aber bei den Sachen, die er sich vornimmt, Ich rette jetzt Menschen, scheißt er in der ersten Folge komplett rein und wir sehen nur, wie er am laufenden Band reinscheißt. Auf der anderen Seite holt er die vier The Walking Dead Charaktere beim, ich nenne es mal, äh, Szenenwechsel aus einem Loch raus. Er ist derjenige, der alle wieder aufmuntert, in Anführungsstrichen, der allen sagt, okay, es kann weitergehen, der vor allem uns auch einen sehr, sehr guten Charakter geliefert hat oder eingeführt hat und zwar halt John Dory. Das ist aber ein anderes Thema. Er ist dafür da gewesen, dass diese Charaktere, die jetzt erstmal komplett am Boden waren, irgendwie wieder einen Sinn sehen und das auch über die Serie hinweg. Morgan ist so der Hoffnungsbringer für alle gewesen. Auch wenn sie nicht seiner Meinung waren, hat er trotzdem sie angetrieben. Im positiven, vielleicht aber auch im negativen Sinn. Und das ist das, was ich meine. Anfangs hat er definitiv mehr Einfluss auf Fear the Walking Dead oder die Charaktere als am Ende. Am Ende war er einfach nur noch da, um, naja, da zu sein und irgendwie einen Abschluss in Fear the Walking Dead für seinen, für seinen Charakter-Arc zu bringen. Und das fand ich ein bisschen schade. Bei dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich schwer, weil C.V. da das ähnliche Problem ist wie bei allem. Travis hat am Anfang einen sehr großen Einfluss gehabt und Morgan halt mittendrin irgendwo. Trotzdem würde ich den Punkt an Travis geben, denn durch ihn ist halt die Serie erstmal so aufgebaut worden, wie sie nun mal war. Morgan hat es halt leider geschafft, die Serie ziemlich runterzuziehen, was natürlich einen schlechten Einfluss theoretisch gebracht hat. Vielleicht nicht unbedingt auf die Charaktere, aber auf jeden Fall auf die Serie bezogen. Deswegen würde ich den Punkt an Travis geben. Dementsprechend ständig jetzt 2 zu 1 für Travis. Kommen wir zum vorletzten Punkt, beziehungsweise zum letzten Punkt vorm großen 1 vs. 1 und das ist Sympathie. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich war eigentlich nie so ein großer Travis-Fan, aber bei den Recherchen oder bei den Informationen sammeln für dieses Video habe ich auch gemerkt, Travis ist eigentlich durchgehend ein cooler Charakter. Wie gesagt, Chris hat ihn sehr kaputt gemacht, den Charakter sehr runtergezogen, aber an und für sich ist Travis ein cooler Dude und Travis wird auch super gut in die Hauptserie reinpassen oder in andere Spin-offs. Das ist aber wie gesagt ein Thema für das Video am Sonntag. Wir legen es mal auf Sonntag, machen wir einfach mal jetzt hier. Deswegen finde ich den Typen am Ende des Tages schon cool und morgen ist halt, wie ich schon die ganze Zeit gesagt, miss mal so, mal so, mal mag man ihn, mal wieder nicht. Und deswegen werde ich auch hier den Punkt an Travis geben müssen. Auch wenn ich morgens Charakter in seinen guten Phasen wirklich liebe, hasse ich ihn umso mehr in seinen schlechten Phasen. Das ist wirklich, wenn es gut ist, ist es richtig gut, aber wenn es scheiße ist, macht es alles kaputt. Deswegen hier auch der Punkt an Travis. So, nun sind wir am Ende angelangt, beziehungsweise kurz vorm Ende und zwar geht es ins 1 gegen 1. Kurz zur Erklärung. Im 1 gegen 1 befinden wir uns auf einer neutralen Fläche. Beide Charaktere sind zu ihrer Prime. Bedeutet, die heftigste Ausführung dieses Charakters. Wann war er am stärksten? Wann war er am schlauesten? Wann war dieser Charakter am besten? Diese Version des Charakters kämpfen gegeneinander an. Und zwar in drei Kategorien. Einmal Nahkampf ohne Waffen, einmal Nahkampf mit Waffen, bedeutet Schwerter, Messer, Stöcke, was auch immer und einmal den Fernkampf mit Schusswaffen. Wer in diesen drei Runden die Mehrheit an Punkten hat, gewinnt das 1 gegen 1 und kriegt den 1 gegen 1 Punkt. Also starten wir direkt mal los mit dem Nahkampf ohne Waffen. Und hier habe ich tatsächlich mit mir gerungen. Und zwar würde ich sagen, Morgan ist zwar ein verdammt guter Nahkämpfer, aber ohne Waffen würde ich sagen eher durchschnittlich. Er sollala, er kann gut kämpfen. Aber Travis ist der Typ mit den Eiern, würde ich es mal sagen. Travis wäre gut brutal in so einem Kampf. Weswegen ich sagen würde, und wie gesagt, ich habe da sehr oft mit mir hin und her gerungen und es kann auch sein, dass hier einige sagen, nee, 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 das macht gar keinen Sinn. Ich finde, Travis würde hier die Überhand gewinnen, weil Travis einfach auch den kühleren Kopf bewahren würde. Morgan würde da, glaube ich, eher einstecken. Dementsprechend würde ich sagen, der Nahkampf ohne Waffenpunkt geht an Travis. Kommen wir nun zu Nahkampf mit Waffen. Also geben wir Morgan seinen Stock, beziehungsweise seinen Stock mit Axt obendran. Und Travis, weiß ich gar nicht, hatte der irgendeine Lieblingsnahkampfwaffe? Ich weiß es nicht mehr. Wir geben ihm irgendeine. Er kann sich jetzt eine aussuchen. Es ist aber egal, welche Waffe er sich aussucht, denn Morgan wird hier komplett zerbumsen, weil Morgan ist fucking OP mit seinem Stock. Es ist wie, als wäre das eine Waffe Gottes und sobald Morgan sie in der Hand hat, ist er einfach der Shredder. Deswegen, ohne viel rumzulabern, geht der Punkt hier an Morgan. Definitiv. Da kann Travis in der Luft rumwackeln, wie er möchte. Morgan klatscht ihn hier komplett gegen die Wand. Also kommen wir zum letzten Punkt und das sind die Fernkampfwaffen. Schusswaffen, Bögen, Armbrüste, was auch immer. Hier bin ich mir tatsächlich gar nicht mal so sicher gewesen. Problem ist natürlich, wir haben sehr viel Vorwissen von Morgan durch The Walking Dead und wenn wir nur auf Fear The Walking Dead gucken, würde ich sagen, es ist ziemlich schwer. Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Travis mal mit einer Waffe gesehen habe. Hat der mal mit einer Waffe geschossen? Wenn ja, hat der gut geschossen. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass Morgan halbwegs gut mit Schusswaffen umgehen kann. Gerade mit seiner Sniper, sage ich mal, aus Staffel 1, The Walking Dead. Natürlich hat er hier den unfairen Vorteil, dass wir wissen, wie gut er mit Waffen umgehen kann durch The Walking Dead und nicht Fear The Walking Dead. Aber trotzdem würde ich sagen, selbst wenn wir ihm nur einen Pistolenkampf geben, hätte Morgan einen kleinen Vorteil, weil wir ihn mehr gesehen haben, er dementsprechend für uns mehr Know-how hat. Dementsprechend würde ich sagen, gewinnt auch hier der Morgan. Bedeutet, es stimmt 2 zu 1 für Morgan und der 1 gegen 1 Punkt würde an Morgan gehen. Ich muss aber auch sagen, hier kann man echt diskutieren, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich persönlich würde es einschätzen, dass Morgan besser mit Waffen umgeht als Travis. Aber es ist, sagen wir mal, es ist schwebend unwirksam. Nichtsdestotrotz geht der 1 gegen 1 Punkt an Morgan, denn egal, wie wir es drehen und wenden. Und das hat mich tatsächlich dann wirklich selber überrascht, weil ich nicht dachte, dass es zu diesem Ergebnis kommt, beim Schreiben des Skripts, ja, steht es 3 zu 2 für Travis. Und da muss ich sagen, da war es schockiert. Also erstmal eine Stelle herzlichen Glückwunsch, Travis. Du bist in der nächsten Runde, auch wenn ich es nicht erwartet hätte. Ich bin ehrlich, ich mag ihn zwar, aber irgendwie habe ich gedacht, Morgan ballert hier komplett durch. Aber beim Überlegen und Angucken von ein paar Folgen, ein paar Szenen und mir den Charakter durch den Kopf gehen lassen, ist mir dann aufgefallen, dass Travis doch... Und jetzt kommt der große Punkt, der bessere, geschriebene Charakter ist. Weil rein von guten und schlechten Ausgleichungen ist Morgan schon ein krasser Charakter. Aber er hat halt auch sehr, sehr viele Tiefpunkte. Und die hat Travis nicht so. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Travis. Du bist in der nächsten Runde. Gegen wen du kämpfst, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall viel Glück. Auf jeden Fall egal. Gegen wen du kämpfst, weil ich glaube, hier nach werden wir uns nicht mehr sehen. Sorry. Aber damit seid jetzt ihr gefragt. Wie steht ihr dazu? Hättet ihr ähnlich, wie ich hier abgestimmt? Hättet ihr ähnliche Punkte verteilt? Oder hättet ihr gesagt, nee, 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 hier und da hätte ich dann doch anders die Punkte gegeben? Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Und wenn es euch jetzt noch interessiert, was im letzten Fear the Walking Dead Charakter Clash passiert ist und wer da gegeneinander gekämpft hat, dann schaut das Video mal an. Und wenn ihr die ganze Playlist haben wollt, dann ist sie auch hier irgendwo eingeblendet. Bedeutet, checkt gerne aus das letzte Video oder checkt einfach die ganze Playlist aus. Natürlich auch die von The Walking Dead, weil da habe ich das Ganze auch schon mal gemacht. Und jetzt will ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf der, naja, selben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.